Die Revit-Projektbox setzt auf das Fundament einer zwölf Jahre bestehenden CX-Toolbox unter AutoCAD MBP auf. Dann haben wir natürlich noch sehr viele Kundenimpulse bekommen, die uns bestärkt haben, auch für Revit eine solche Box zu designen. Die Revit-Projektbox ist meiner Meinung nach die Voraussetzung für BIM-gerechte Planung innerhalb Revit und kommt somit in allen Leistungsphasen zum Einsatz. Sie enthält, wenn man sich das Ganze funktional anschaut, alle notwendigen Anpassungen, um einfaches, schnelles Konstruieren nach Normen zu ermöglichen. Dieses Konstruieren wird funktional durch zusätzliche Apps, Familien, normgerechte Listen, Beschriftungen, eine vorgegebene Projektstruktur ermöglicht. Eine wichtige Rolle spielt natürlich in der Projektbox auch noch das Zusammenspiel mit den externen Berechnungsprogrammen. Hier haben wir in allen unseren Objekten entsprechende Kommunikationsparameter, die dies bewerkstelligen. Vereinfacht ausgedrückt lassen sich die Funktionen der Projektbox MBP in drei komplexe Disziplinen einteilen. Zum einen sind es die Apps, die zur Modellierung benötigt werden, zum Beispiel Magic Wall, Magic Opening, Magic Transition und andere Apps, die eben unterstützend vorhanden sind. Die zweite Disziplin wäre zum Beispiel die Familien. Wir bezeichnen die als intelligente Familien, weil sie funktionale Parameter haben, die den Konstrukteur unterstützen, die daraus spezielle Bauteillisten generieren können, die entsprechend die Beschriftungen gestalten. Alles ist natürlich so gemacht, dass wir das Ganze normgerecht im Dachbereich nutzen können. Die dritte Einheit bildet die Einheit, die speziell im BIM-Bereich den Nutzen findet. Das sind die Anwendungen, die Parameter, die steuern, dass zum Beispiel Satellitenprogramme wie zum Beispiel Solarkomputer die Objekte erkennen kann und in ihren Berechnungen verarbeiten kann. Das heißt, nur mit Hilfe dieser Schlüsselcodes, die wir an den Objekten schon automatisiert hinterlegt haben, kann ein Satellitenprogramm wie Solarkomputer oder Albi Caneco im Elektro-Bereich diese Objekte auch korrekt erkennen und zuschlüsseln. Durch den Einsatz der Projektbox erzielen unsere Kunden einen enormen Wettbewerbsvorteil. Das beginnt mit der Installation der Projektbox. Sie ist der Grundstein, um direkt mit Revit sofort zu beginnen mit der Projektplanung. Nach dem Motto Plug & Play wurde also jegliche zeitintensive Vorarbeit, die man hätte, um gewisse Einstellungen im Revit vorzubereiten, bereits durch das CAT Studio-Expertenwissen vorkonfiguriert und erweitert.